Heidi ho Freunde und herzlich willkommen zu Battlefield 1 hier, fresh aus der Wüste natürlich, auch mit Marx am Start. Was hast du denn da für ein Gerät, Alter? Heidi Kuli, Prima. Die ist geil. Gewinzig. Ne, ist eigentlich nicht. Ich will auch gar nicht mit dir spielen. Eine Fingerpistole. Die ist noch per Zufall eigentlich drin. Markier mal Emil, bitte. Ja. Wir spielen heute Suez hat gerade so ziemlich jedenfalls erst losgelegt. Ich mein, ihr seht, 120 Tickets, 142 Tickets. Ein bisschen ist schon was weg. Ich hab die Waffen noch wegen dem Livestream vorhin drin. Tatsächlich. Das muss ich auch noch mal ändern. Was schießt mir so dauerhaft? Das ist ein schwerer Tank mitten auf dem Platz. Direkt vor uns. Ich brenne ihn mal an mit meiner Granate. Der Pythons, Gott sei Dank. Ach, ja doch, doch. Ich glaub, ich hatte nen Soundbug drin. Also ich hab die ganze Zeit immer noch nen MG schießen gehört. Also ich dauerfeuer. Konstant. Ich hab aber auch die ganze Zeit nen MG gehört. Da hat auch glaub ich einfach nen MG geschossen. Okay. Und du hast keinen Soundbug? Ja. Ich heil dir noch ein paar Leute. Ich glaub gut, passiert aber auch schon mal einen abgezogen. Geheilt. Ich hab einen geknüppelt. Ne, ne, ne. Hier ist noch einer Obdorf, den kann ich doch noch holen. Komm. Seine Sachen. Oh, was hat der hier so? Ja. Das passt. Okay, den haben wir aber safe. Immerhin. Die haben jetzt jeden anderen Punkt. Ja. Ich mein, gut, jetzt sind wir da. Jetzt kann sich das Blatt wenden. Sowieso. Der Makima ist Dora, genau. Immer dieser Pöpöposa und da kommt er aufs Maul. Ich wurde auch schon gut angeschossen. Okay. Ich kann noch mal ein bisschen spielen. Ich bin nämlich, ich hab hier noch eine Sniperklasse aufgenommen. Ich kann nicht natürlich heilen. Dann lass uns schon mit Geheilt hier. Mal passen, passen, passen. Wir müssen ja trotzdem ein bisschen näher ran. Außer muss ich ne andere Klasse aufnehmen. Ich will mich echt gar nicht Sniper schleichen. Ich schleiche mich vor. Ich schleiche mich vor. Du kannst du auch so ein bisschen aufdecken. Kannst du es noch? Ich hab schon drauf geschossen. Es ist schon wieder vorbei. Hast du noch? Du hast wohl mal zwei Patronen. Ja, die hab ich beide schon verschossen. Ah, okay. Hier ist doch noch einer. Kein Plan. Wir hören einfach mal den Punkt mit ein. Und dann schauen wir weiter. Kommt man hier durch? Ja, aber... Ich scheine noch auf weiter zu sein. Oh ja, oh ja, oh, oh, oh. Das hat weh. Ich hab ihm 60 gedrückt. Der oben drin. Oh, hier liegt noch eine Waffe rum. Was haben wir denn da? Ich muss erstmal heilen. Hier ist noch ein Lawrence vorbeigeritten, ne? Wenn man Sturmsoldat hat. Na komm, wenn ich erstmal Sturmsoldat mit der Hellriegel. Jetzt hab ich die Hellriegel gemacht. Das ist jetzt der Typ, der uns so hart hier beschossen hat. Der ist gegenüber im Haus drin. Boah, der hat mich mit der Tankgranate. Der ist auf der anderen Straßenseite im ersten Stock oder so. Ja, du musst sie jetzt mal holen. Das ist ja so. Ich will rachen. Einen hab ich. Einen hab ich. Rache meine Tod. Ach, jetzt glaub ich verbrenne ich. Nein. Ja. Einen hab ich da noch, der da irgendwie rumgelatscht ist. Also die Hellriegel ist ganz witzig, macht aber irgendwie sehr wenig Schaden. Wollen wir weiter zu Cäsar? Ja, können wir sogar machen. Da werden sie uns gut entgegenkommen. Haubein. Ja, das Schöne ist immer, dass man sich hier selbst hochhalten kann. Ja, du bist jetzt auch ein Medic. Das ist schon mal... Oh, hier kommen sie mit mir. Kommen sie gut rum bei mir. Wuhuhuhu. Ich hab da ein, zwei getroffen. Aber da ist noch einer. Bei dem Haus, lass ich hier grad zulaufen. Oh, der ist down. Oh, da kann ich halt relive. Ich hab noch 17 Leben. Das ist alles hier auf der Gown. Da kommt einer von der Seite des Platzes aus. Der Flagge. Ja, da oben sind noch ein paar. Der ist jetzt bei meiner Leiche. Der kommt jetzt zu dir. No, das ist er. Der ist da immer noch drin. Der geht durch der Hintertür raus. Ist jetzt in einem anderen Haus. Da kommt auch noch einer. Selbe Richtung. Wieso, bist du jetzt auch weg? Ja, ich bin jetzt auch down. Ich hab noch einen Revived. Ich dachte, das wärst du vielleicht... Der war auf jeden Fall grün aus unserem Squad. Deswegen war ich mir nicht so sicher. Guckst du auch mal mit der Brandkanade wieder ein bisschen was? Die sind immer noch an den selben Stellen wie davor eigentlich auch. Nee. Da geh ich jetzt wieder hin. Uh. Ab ein. Oh, da gehst du noch einer geradezu. Abhilfe zählt als Kill. Legen wir zwar ein bisschen Leben raus. Weiß schon. Weil ich hab die kleine jetzt wieder. Was ballert der denn jetzt so hin? Na, übergranaten. Okay, also aus der Hüfte treffe ich mit der Mondraker gar nichts gerade. Da hab ich kein Gefühl für. Aber die Taschenpistole, die rockt natürlich. Und was macht die so an Schaden mit einem Schuss? So auf Körpertreffer? Ich hab 20 oder so. Oder noch wieder mit. Oh, davon ist es auch. Ich hab ihm heller gegeben. Und wer hat's überlegt? Nochmal, ich bin beide. Ich geb die Deckung. Da kommt dann halt hinter die Branche. Da oben vom Mügel aus kommen noch welche, ne? Hinter uns. Ja, ja, klar. Die haben auch nur zum Teil sogar schon. Ja, genau, das mein ich auch. Du guckst in die richtige Richtung. Ich trau mich nicht so richtig vor, muss ich jetzt hier. Wir müssen's machen, wir müssen's machen. Wenn ihr jetzt stehen, dann werden wir ihn auch da auch nur zugemörsert. Guck mal, da rechts kann man schon ein heiliger Herz aufgeben. Okay. Ich geh hier an den nächsten Mauerabschnitt. Geradezu schon ein Slipper. Der ist down. Dann ist noch mal einer. Jetzt erstmal den hin. Dann gucken wir uns mal oben in Ruhe. Ja, da weiter hinten. Okay. Ja, komm, das geht doch sicher gut. Ja, müsste jedenfalls. Ich laufe weiter Richtung. Oh, oh, hier kommen sie gut. Oh, oh, oh. Bei Cäsar. Ja, sehr schön. Killhilfe. Ich kann auch den richtigen. Oh, 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 hier stehen sie auch auf dem Feld. Ich muss ein bisschen in Deckung gehen. Ich muss ein bisschen in Deckung gehen. Ich muss ein bisschen in Deckung, mein Junge. Da vorne halte ich sonst nicht lang. Das ist böse down. Ach, hinter uns schon wieder. Deswegen. Der ist in einem Gebäude hinter uns. Also könntest du natürlich trotzdem versuchen zu reviven. Ich versuche es mal. Oh, oh, oh. Das macht schon andere. Oh, 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 oh. Das macht schon andere. Da hat mich auch einer. Ja, da möchte ich ja. Aber Mensch, umzusetzen welche? Das ist ja schon, der hier. Jetzt werde ich von der anderen Seite aus besnippt. Oh, 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 oh. Das scheint ja zu viele, zu viele. Ich komme jetzt gleich da die Dünen rüber, die pass auf. Ja, ja, jetzt ziehe ich mich jetzt auch wieder zurück. Wiii. Sie versuchen es. Ich muss ja durch den Sportarzt reviven, das geht nicht anders. Oh, da wird schon dick zurückgestimmt. Oh, da hinten ist er. Das sind wir so nicht zu dir. Jetzt kommt hier noch Gas dazu. Ha, geil. Die treiben uns wieder zurück. Wir haben einen Kollegen, der zwei Spur ganz zu B nach hinten. Ja, ich bin noch im Stösel, ne? Ich komme auch zu dir. Zu spät. Nee, noch ist nicht zu spät. Da unten ist es zu spät. Ich versuche mich zurückzuziehen. Oder es ist Gas und dann ist richtig arsch. Das ist hier wirklich kacke. Gut, aber da verlieren insgesamt viele Medica. Also da kann ich dann nur die Serie Gotti empfehlen. Die hat echt super, das ist Feuer. Da ist sie auch am stärksten verneinen. Aber ich mag die halt nicht voll drumherum. Welche mag die eigentlich überhaupt nicht? Das ist halt so das Problem. Aber auf die Mie ist es wirklich gut. Ich glaube, das muss man sich damit ja nur ein bisschen angewöhnen. Und da sind noch so viele Jungs. Ich glaube, da versuche ich es eher mit den anderen selbst laden oder sowas am Ende. Die sind nämlich auch alle gar nicht so schlecht, wenn man sich gleich mit denen einspielt. Guck mal hier geradezu noch direkt hinter dem Ding. Hätte man da mal noch eine Granate, ne? Ja. Oh, jetzt haben sie mich, jetzt haben sie mich. Wahrscheinlich nie gesnippt. Kannst du mich holen? Ja, überhaupt nicht. Muchas gracias. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn da hinten sitzen? Aber hier vorne auch noch direkt. Ja, Headshot, Headshot. Hier, Muffin of Murder hat sie zum Teil. Oh, da kommen sie wieder lang und geben mir eine Granate, aber du kannst mich noch holen. Ich sehe es. Noch ist nicht so spät. Da hinten, glaube ich, werden sie gerade auch weggenodelt. Jetzt können wir versuchen, ein bisschen näher an Cäsar zu kommen. Ah, da vorne sind noch zu viele. Ich komme da nicht vormärts. Und die auch nicht. Das ist doch schade. Ich sehe die nur durch den Rauch durchmarkiert, ne? Sieht gut aus, sieht gut aus. Oh, hier drin scheint einer zu sein, weil ich bin. Mann, vorbeigemessert, das gibt es doch nicht. Kannst du mich sogar noch heilen, der ist auch tot. Ich habe ihn, ich habe ihn. Ich bin in diesen Anstürm-Modus reingekommen. Ja, anstatt einfach die Axt auf die Nähe zu schwingen. Das ist doch scheiße. Dann gehen wir mal wieder zu Cäsar mit dem Zug zusammen auf, nach ihm und ne Schauts. Versuchen es. Ich muss das Bayonett hier sogar wieder abbauen. Das stört mich dann im Zweifel sogar mehr. Also nicht du, sondern der, der sich gerade gedespant hat. Down. Ich habe dich fallen sehen. Ich liege hinter einer Düne und der, der mich gesnippt hat, ist auch down. Das heißt, das ist eine safe Nummer. Okay, ich werde hier besnippt. Also, passt auf. Ich gehe auch weiter gleich ins nächste Gebäude rein. Von hier aus kann man nämlich auch Cäsar einigen. Wir nehmen jetzt Cäsar schreien. Das ist super. Ob ich da irgendwelche Snipper sehe? Aber ist jetzt eher nicht... Da liegt noch einer direkt bei Cäsar, ein Medic. Oh, da kommen sie auch die Düne hoch. Ist auch einer bei einem Gebäude noch ein bisschen weiter Richtung Stadt. Im ersten Stock auf der rechten Seite. Oh, jetzt zwang sie an zu machen. Ich schmeiße hier noch mal eine kleine Brandgranate hin. Ob ich da irgendwas treffe? Ähm, ne. Da, ich habe noch einmal gemarkert. Ab eins zu nehmen. Jetzt Cäsar haben wir. Versuchen wir mal zu ganz wenig. Ich komme aber schon wieder her. Komm, lass einfach mal weiter streizen. Aber wenn es jetzt hier wieder aufhalten lassen. Ja, noch haben wir ja auch den Zug. Das müssen wir nutzen. Das müssen wir einfach nutzen. Für die Kehrtwende. Für unseren Siegelzug. Weiter rechts, weiter rechts. Was hier jetzt in den schmalen Gängen bleiben. Das sieht man uns vielleicht nicht so sehr. Das sind Gebäude. Das sind Gebäude. Komm, raus. Wir sind ja auch schon die ganze Zeit mal hier. Aber die sind zum Teil sogar schon wieder von uns. Hier ist er auf dem Platz. Oh, 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 oh. Uh. Wie sind die denn? Ich würde die ganze Zeit schon etwa eingeschossen. Also gratis keiner auf dem Platz von der Anzeige auch. Okay, dann gehen wir mal ran. Irgendwo wird jetzt geschossen. Er explodiert alles. Vielleicht ist es einfach der Zug, der hier hinschießt. Mit seinem schweren Mörser zum Teil und so. Wow, jetzt hat er hier das Gebäude eingeschossen. Wir sind fast gestorben. Jetzt Panzerbüchse. Panzerbüchse. Der ist feindlich. Der ist so Richtung der Dünen. Wir können hier immer noch drin hocken. Im Gebäude. Da habe ich schon einen beschossen. Leider nicht bekommen. Ja, manchmal... Wir müssen nur wieder ins Gebäude rein. Halt zu. Ich habe einen hier. Och, nö. Gas, 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 gas. Gehe ich gleich mal weiter. Habe ich gar keinen Bock drauf. Mal guckst du deine Sturmsachen auf. Ich treffe auch gerade mentaler Sau. Hat sich schon gelohnt, die MP aufzunehmen. Die sind genau, wo ich bin. Hinter uns kann ich noch ein Revivalen. Komm, Junge. Auch Mann, jetzt hat er aufgegeben. Dafür springe ich hier durchs Gas. Du, ich war auf den Platz. Der ist in der Ecke. In dem Raum, in dem ich liege, liegt er genau in der Ecke. Jetzt rechts. Oh, ich geh noch ein. Da rechts, rechts, rechts. Da sässt du noch einer. Fuck. Keine Muni mehr. Der kommt hier hinterher. Ah. Jetzt feiern. Das waren zwei Leute. Das war so ein Spiel. Man rennt um sich herum und ich hab's verloren. Oh, der buggt einer irgendwie über die Map. Ganz komisch. Der hat sich nicht richtig bewegt. Der ist noch rübergeflutscht. Fuck. Da war noch irgendwo einer draußen. Oh. Ja, einer hab ich hier gemessert. Das könnte auch schon gewesen sein. Nee, das war der nicht. Aber der steht immer noch still, der mich gekillt hat. Und der macht mich fast gleich wieder. Oh, oh, oh. Hier durch, hier durch. Der hat mich, der hat mich. Komm. Down. Nein. Da waren noch mehr. Ich hab den, der nicht gekillt hat, noch gekillt. Aber... Nee, Blue Magic hat mich auch platt gemacht. Achso, na gut, dann war's ein anderer. Der ist der Prototypen-Puppa. Da liegt doch schon einer nicht. Ja. Der ist down. Ihr leecht, ihr leecht. Wie soll ich das nennen. Der passt. Hauptsache, die sind down. Aber ich müsste, glaube ich, noch ein zweiter drin sein. Aber wird jedenfalls nicht angezeigt. Okay, dann versuch was wieder. Mit Cäsar. Ich würde wieder sagen, an der rechten Seite. Da haben wir noch dieses kleine Häuschen gehabt. Das hat doch ganz gut funktioniert. Das ist perfekt. Die sind auch recht gut, die Dünen da lang. Wird auch schon gut gesnippt. Was geht? Das geht. Um hinter die Mauer. Ich komm bis ran. Ja. Schön, 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 schön. Jetzt doch schon ein Snipper. Ein, der auf den Zug geschossen hat. Das Snipper geschossen hat. Oh, oh. Und hab auch einen davor. Oh, da hat mir voll ein Herr da verpasst. Oh, was ist der Stadt draus? Was ist denn? Okay, jetzt darf ich nicht sofort wieder sterben und der wird wissen, dass ich hier bin. Das wäre cool. Ach, Soldaten-Kid. Oh, nö, jetzt Gas ist es hier. Die Mörsern hier uns auch mittlerweile schon zu. Aber wir nehmen den so nach und nach ein. Also insofern ist es erstmal gar nicht schlecht. Auch wenn das alles irgendwie sehr, sehr, sehr wackelig aussieht, was ich hier betreibe. Wir sind halt leider immer noch recht weit zurück, ne, mit den Tickets. Wir haben den unterschiedlich wegmachen können. Jep. Aber wir haben Cäsar. Da kommen sie noch, da kommen sie noch. Einen habe ich aber geschützt, ist einer. Ich habe auch noch einen gezogen. So, ach, wieder Gas. So, mal wieder, müssen wir da rum. Okay, mal Bertha. Taschenpistolen, Power. Da ist noch einer. Scheiße. Wenn wir jetzt eine kleine Killzüge legen, könnte es sogar noch mal was werden. Ach man, ich will wenigstens noch einen, kommt heute. Einen habe ich. Ich habe noch einen. Wir müssen reviven, damit wir die Tickets nicht... Ach, Mist, verlieren. Ich habe nochmal zwei erwischt. Ich kann nicht... Ach, komm, Niederlage. Aber es müsste knapp gewesen sein. Sehr knapp sogar. 960 zu 1000. Ja, das ist ein gutes Spiel. Da kann man nicht meckern. Aber es ist trotzdem echt schade. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt nicht eine Medic-Waffe, mit der ich auf die Nähe wirklich gut spiele. Na, du kannst das echt mal mit der C-Recordi versuchen. Auf die Nähe kann die was. Ja, dann aus der Hüfte, oder wie meinst du das? Aus der Hüfte? So wie mit dranlegen. Auf die Entfernung wird es schwer, weil die flackert so ein bisschen vorne, ne? An der Spitze. Ja, genau. Aber auf so 50 Meter geht das noch alles. 100 Meter ist schon, finde ich, mit der schwierig. Das kriegst du nicht immer hin. Aber die kann man meistern. Und dann hast du auf die Nähe eine recht gute Waffe. So, Mensch, du bist sogar in den Highlights drin. Ich habe ein Battle-Pack. Ich glaube, da sind wir alle glücklich, ne? Sogar Top 5. Das ist doch schön, das ist doch schön. Na gut, Leute. Wir werden dann hier auch ein kleines Poisschen einlegen. Vielen Dank für's Reinschalten. Und macht's gut.